Soda! Was geht, Leute? Es ist an der Zeit für Nooktown und diesen Monstern hier. Den Akkampus-Hofländen, die ziemlich derbscheißen sind eigentlich. Mal schauen, wie das so wird. Kann man nicht vorstellen, dass ich irgendwas reiß mit dem Ding. Wir werden es erfahren. Weg. Weg. Yeah, Akkampus-Hofländen. Weg. Weg. Oh Gott. Wieso lädst du nicht gleich beides nach? Es wäre eine Möglichkeit. Bist du auf meiner Seite? Du aber nicht. Fuck! Oh mein Gott, der Trailer. Der will ein bisschen Akkampus-Hofländen. Weg. Oh Gott. Natürlich bleibt er dort hinten stehen, weil man gesehen hat. Ah, AK47, du bist gut. Du bist gut. Profi-Waffen. Komm zurück! Okay, warte. Oh Gott. Leck nicht so. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war ein Gegner. Scheiße, die waren da. Ah. Okay. Hier macht Nookdown Spaß. Ich weiß nicht, bei Black Ops 2 macht es mir ehrlich gesagt nicht wirklich Spaß. Ich meine, hier macht es mir auch nicht immer Spaß, weil es einfach solche Arschlöcke gibt, wie den Typen, der sich mit der MG hinter dem Auto versteckt. Das gibt es natürlich auch immer, aber... Du sollst normalerweise tot sein, wenn ich dir zwei Strohfländen ins Gesicht halte und abdrücke. Und Schüsse höre. Und so'n Zeug. Dann ist deine Zeit normalerweise vorbei. Okay, wie kommen wir da jetzt bitte rein, ohne dass wir umbrach werden? So. Schleichen wir uns an. Ey. Ey. Kommt her. Ey. Oh Gott. Gleich mal, hä? Süß. Und wieder raus. Oh boy. Okay, warte. Dann laufen wir hier. Dann laufen wir hier. Oh Gott. Wo sind denn die alle? Die spawnen permanent da hinten. Oh. Ich hab meine. Hui. Oh. Das hab ich irgendwie nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Und jetzt haben wir Hunde. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Weil jetzt... Gehts rund. Mit dem Scheißdreck, Hunde und Huey. Oh, ich werd laufen. Oh, bei Gott. Ich werd laufen. Komm her, du. Seid ihr Gegner? Nein. Dann dürft ihr fürs erste Mal leben. Komm schon runter, schnappt sie euch. Die verstecken sich alle im Haus drinnen. Aber glauben die, dass meine Hunde da nicht reinkommen, hä? Schnappt sie euch, Hunde. Alle, was draußen ist, gehört mir. Yay. Yay. Hehehe. Hehehe. Okay, wo Schroffräten und Stopper. Der Haufen Scheiße. Wo sind's denn jetzt? 6500 Punkte. Das Spiel ist noch nicht mal vorbei. Und ich stehe noch immer dort hinten drin. Und dann sind wir nicht gesehen, oder was? Go weg. Go weg. Hey, wie lange der Huey anhält. Mein Gott, ist das schön. Okay, Schroffräten enttäuscht mich jetzt nicht. Mach mal einen großartigen Schluss noch. Komm her. Mein Gott. Natürlich sitzt der da oben drinnen. Ich hätte es wissen müssen. Profi. Da, 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 da. Ich sitz einfach da hinten mit meiner Claymore und Geist. Auf Nooktown. Und du wärst eigentlich tot. Bullcrap. Da, Granate. Tschüss. Spiel vorbei. Yay. 39, 8. TDM. This is how we do it mit Akembo Schrofflanten, baby. 39, 8, alter. In einem Team-Deaf-Match. Yay. Vielleicht hab's 2 get on my level, alter. Da hat Nooktown noch Spaß gemacht. Juhu. Macht's gut.